Kurt R. Eisler war ein US-amerikanischer Psychoanalytiker österreichischer Herkunft. 1936 heiratete er Ruth Selke, die nach der Eheschließung den Doppelnamen Eisler Selke annahm. Sie war Psychiaterin und Psychoanalytikerin und 1933 nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten von Deutschland nach Wien emigriert. Im deutschsprachigen Raum ist Eisler einem größeren Publikum vor allem durch seine große Studie über Goethe bekannt geworden. In den USA wurde er einer breiteren Öffentlichkeit als strenger Hüter des von ihm mitbegründeten Sigmund Freud-Archivs bekannt. In Analytikerkreisen erinnert man sich an einen Aufsatz von ihm zur Technik der Psychoanalyse, der geradezu kanonischen Status erlangte, indem er die technischen Konsequenzen aus der Ich-Psychologie zog. Neben seiner klinischen Arbeit war Eisler auch ein bedeutender Historiker der Psychoanalyse. Oft vor allem als Verteidiger der Orthodoxie wahrgenommen, war Eisler auch ein früher Kritiker der Medikalisierung der Psychoanalyse. Leben Über Eislers Leben sind nur wenige Details bekannt. Eisler schloss sein Studium der Psychologie mit einer Dissertation über das tiefen Sinn bei Karl Bühler 1931 an der Universität Wien ab. 1936 heiratete er Ruth Selker. Psychoanalytisch wurde Eisler von August Eichhorn, Paul Federn und Richard Sterber ausgebildet. Eisler wurde zum Mitarbeiter Eichhorn bei der Arbeit mit verwahrlosten Jugendlichen und fing an, als Psychoanalytiker zu publizieren. 1938 wurde er Mitglied der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung. Nach der Annexion Österreichs floh Eisler gemeinsam mit seiner Frau in die USA, sein Bruder Erich wurde in Auschwitz ermordet. Eisler arbeitete zunächst in Chicago, 1943 meldete er sich freiwillig zur US-Armee, war im US-Armee Medical Corps tätig und qualifizierte sich 1944 zum Psychiater. Nach dem Krieg ließ er sich in New York nieder. 1949 wurde er Mitglied der New York Psychoanalytics Society und arbeitete als Lehranalytiker und Kontrollanalytiker. 1951 gründete Eisler zusammen mit Ernst Chris Heinz Hartmann, Bertram Lewin und Hermann Nunberg die New Yorker Sigmund Freud Archives. Deren Sekretär er bis 1985 war, dieses Archiv enthält u.a. tausende Stunden Interviews mit Personen, die Freud kannten. In enger Abstimmung mit Anna Freud sorgte Eisler dafür, dass viele Dokumente lange Zeit unter Verschluss gehalten wurden. Was nicht zuletzt dem Schutz ehemaliger Patienten dienen sollte. Eislers Diskretion wurde jedoch von manchen Kritikern als Versuch der Verheimlichung möglicherweise für die Reputation Freuds bzw. der Psychoanalyse nachteiliger Informationen gedeutet. In diesem Zusammenhang kam es zur Kontroverse mit Jeffrey Masson über Freuds sogenannte Verführungstheorie. Eisler hat diesem Thema sein letztes Postum erschienenes Buch gewidmet. Auch gegen andere Veröffentlichungen, die Freud aus Eislers Sicht unkorrekt kritisierten, erhob er Widerspruch. Eisler verehrte Sigmund Freud. Ruth Eisler-Selke, die in den USA als Kinderpsychiaterin und Lehreranalytikerin gearbeitet hatte, starb 1989. So dass Eisler keine Angehörigen hinterließ, als er 1999 starb. Veröffentlichungen. The Psychiatrist and the Dying Patient, New York. International Universities Press 1955 DT Der sterbende Patient Zur Psychologie des Todes Stuttgart, Bad Cannstatt, Frommann-Holzburg 1978 Goethe A Psychoanalytics Study 1775-1786 Detroit Wayne State University Press 1963 DT Goethe A Psychoanalytics Study 1775-1786 Basel, Frankfurt am Main, Strömfeld, Roter Stern, Band 1 zu 1983, Band 2 zu 1985, Medical Orthodoxy and the Futura of Psychoanalysis, New York, International Universities Press 1965, Talent and Genius. The Fictitious Case of Tausk Contra Freud, New York, Quadrangle Books 1971 Freud und Wagner Jauack vor der Kommission zur Erhebung militärischer Pflichtverletzungen, Wien, Lecker, 1979 Neuausgabe 2006 Psychologische Aspekte des Briefwechsels zwischen Freud und Jung, Stuttgart, Bad Cannstatt, Frommann-Holzburg 1982 Victor Tausk Suicide International Universities Press ISBN 08236-67359 ISBN 978-08236-67352 Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci, Psychoanalytische Notizen zu einem Rätsel, Basel, Frankfurt am Main, Strömfeld, Roter Stern, 1992, Fall auf Mann, DT, Todestrieb, Ambivalenz, Narzissmus, Frankfurt am Main, Fischer Taschenbuch Verlag, 1992, Three Instances of Injustice, Medicine, Int. Univ, Press, 1993 Freud in the Seduction Theory a Brief la Fiffer, New York International Universities Press 2001 Daneben veröffentlichte Eisler noch unzählige Aufsätze Nachweise Angaben über Ruth Eisler-Selke im biografischen Lexikon PsychoanalytikerInnen in Europa Kurt R. Eisler-Goethe Eine Psychoanalytische Studie 1775-1786 HSG V. Rüdiger Scholz in Verb mit Wolfram Mauser und Johannes Krimerius Aus dem Amerikanischen von Peter Fischer und Rüdiger Scholz Strömfeld Verlag, Frankfurt a. M. 1986 ISBN 387-877-1959 Kurt R. Eisler The Effect of the Structure of the Ego and Psychoanalytik Technik Engel Text von der Eitel Seite P-Y-C-H-O-M-E-D-I-A Text von der Eitel